hey leute was geht ab wie ihr seht warface natürlich team deathmatch es gibt leider kein hardcore modus oder sonst irgendwas und es gibt eigentlich nur zwei ja vier verschiedene sachen was man spielen kann bomben legen sturm jeder gegen oder team deathmatch schade das spiel hätte potenzial mal schauen was daraus wird aber wie gesagt free to play für zwischendrin zwischendurch meine runde kann man nicht meckern gibt schlimmere spiele aber seht ihr selbst da ist ja kein ding knechte also warum auch warum soll mir auch einer helfen schlecken die kacke so alt da war einer ja 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 Ja, was ist denn da los? Oh, von hinten! Von hinten! Ich hör gar nichts, es ist jetzt schon ein bisschen zu leicht hier. Lass mich laufen, Alter. Was ist denn los? Ja, es stirbt halt nicht, ne? Oh... Ja, wo geht denn der Schuss hin, bitteschön! Kann da nicht sein, dass der Schuss da nicht hingeht? Ja! 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 Oh Mann, was ist denn heute los? Ja! 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 Es müssen mich trollen, hä! Ja! Ja, das war's. Wie viel erwartet jetzt alle da, die Knechte. Wie viel erwartet jetzt. Wie viel erwartet jetzt. Wie viel erwartet jetzt. Ist okay. Du hässlicher Alter. Er liegt davor, passiert nichts. Wie viel erwartet jetzt. 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 Der Wulff, der Wulff, ne? So ein bisschen Musik wär schon nicht schlecht. Hässlich, ja, ne? Ah, von hinten, Alter, wie Bichser! Tötet ihn doch! Tja, Sieg, Freunde. Warface. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht zocken wir ja mal zusammen, euer Broom haut's rein.